Ja, ich lade hier tatsächlich schon wieder die neueste Software runter. Ein kleines Update 2023 12.5. Ich denke, das ist ein reines Bugfix. Werden wir gleich sehen. Ja, das sind die Versionshinweise zu 2023 12.5. Ist ja nicht so viel. Ja, auch in der gesamten Übersicht steht unter 12.5 nichts. Gar nichts. Also, es ist wirklich nur ein Bugfix. Jo, das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.